Was soll ich sagen? Ich war völlig überrascht. Meine Frau Maggie hatte mir gerade eine große Bombe an den Kopf geworfen, oder besser gesagt, zwei große Bomben. Meck, wir müssen reden, sagte sie, als ich von der Arbeit nach Hause kam. Sie war noch in ihrem Businesskostüm gekleidet, das sie bei ihrer Arbeit als Buchhalterin trug. Ich trug meinen Overall, den ich bei meiner Arbeit trug, bei der ich mein Schokoladengeschäft leitete. Ich bin Angus MacDougall und meine Frau heißt Margret Sullivan MacDougall. Ja, sie schreibt ihren Nachnamen mit Bindestrich. Ziemlich anmaßend, wenn sie mich fragen. Aber was soll's? Sie wird Maggie genannt. Ich bin schottischer Abstammung und sie ist irischer Abstammung. Natürlich hätte mir das schon als erstes Hinweis darauf sein sollen, dass wir nicht wirklich zusammenpassen, aber ich war auf den ersten Blick in ihre goldblonden Haare, ihre grünen Augen und ihren tollen Körper verliebt. Wir hatten uns zehn Jahre zuvor kennengelernt, als ich gerade aus der Armee entlassen worden war und wir zusammen aufs College gingen. Sie war 18 und ich 22. Ich nutzte das GI-Gesetz, um einen Abschluss in Kochkunst zu machen und sie natürlich den bereits erwähnten Abschluss in Buchhaltung. Aus irgendeinem seltsamen Grund verstanden wir uns auf Anhieb. Wahrscheinlich lag es daran, dass sie eine Schokoladenliebhaberin war und ich Schokolade, Kekse und im Grunde alles, was mit Schokolade zu tun hatte, herstellen wollte. Meine Mutter hatte eine Schwäche für Schokolade und das hatten viele Frauen. Es war ein Verkäufermarkt und Schokolade war immer sehr gefragt. Während die meisten Unternehmen den Großteil ihrer Umsätze in der Weihnachtszeit erzielen, können Schokoladiers das ganze Jahr über Geld verdienen. Natürlich zu Weihnachten, aber auch am Valentinstag, zu Ostern, zum Unabhängigkeitstag und so weiter. Der Valentinstag ist in Bezug auf die Nachfrage nach Schokolade ein harter Konkurrent für Weihnachten und in den meisten Jahren läuft mein kleines Schokoladengeschäft Fabrik an Valentinstag besser als an Weihnachten. Oh, und ich hasse meinen Vornamen. Enges Im Ernst, Mum? Du musstest mich Enges nennen? Ich stelle mich allen als Meck vor. Niemand nennt mich Enges, nicht einmal meine Frau. Okay, Mum und Dad nennen mich Enges, aber nur, wenn sie sauer auf mich sind. Sonst bin ich Meck. Maggie hatte mir also gerade gesagt, dass wir reden müssten. Ich war sofort angespannt, da jedermann auf der Welt weiß, was diese vier Wörter bedeuten, wenn sie in einem Satz aneinandergereiht werden. Wir kennen sie und fürchten sie. Wir müssen reden, ist seit Anbeginn der Zeit der Vorbote von Trennungen und Scheidungen. Also setzte ich mich mit einem Gefühl des nahenden Unheils an den Tisch und sah sie an. Ich wusste, dass meine Welt gleich in sich zusammenfallen würde. Zehn Jahre zusammen. Ach davon glücklich verheiratet. Nun, ich war glücklich verheiratet gewesen. Dasselbe hatte ich auch von Maggie geglaubt. Ich überflog die möglichen Gründe für das, was sie gleich sagen würde. 6 Auf keinen Fall. In dieser Hinsicht hatten wir eine großartige Beziehung. Geld? Wohl kaum. Ich verdiente Netto 6, stelle ich im Jahr, fast eine Viertelmillion, nachdem alle Fixkosten, die Gehälter meiner Mitarbeiter, Steuern und so weiter bezahlt waren. Wir waren hier sehr gut dran. Unser gemeinsames Einkommen betrug fast 375.000 US-Dollar im Jahr. Wir waren nicht arm. Liebesmangel? Nicht auf meiner Seite. Ich liebte sie von ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Hatte sie irgendwann aufgehört, mich zu lieben? Verdammt, wir hatten erst vor einer Woche darüber gesprochen, eine Familie zu gründen. Sie unterbrach meine Träumerei, indem sie mir den gefürchteten braunen Umschlag über den Küchentisch schob, als ich mich gerade hingesetzt hatte. Meggie, bitte sag mir, dass es nicht das ist, was ich denke. Ich sah sie an, und ihr Gesicht war eine Maske, die nichts verriet. Es tut mir leid, Meg, sagte sie leise. Ich hätte schon früher mit dir reden sollen, aber ich möchte die Scheidung. Warum? Fragte ich mit einer Stimme, die weitaus ruhiger war, als ich mich in diesem Moment fühlte. Es ist kompliziert, sie wich aus und sah weg. Du hast jemand anderen kennengelernt, ich muss unter Schock gestanden haben, denn ich war noch nicht in Rage geraten. Ja, sagte sie noch leiser, fast flüsternd. Wie lange schon? Fragte ich. Gott, was war nur los mit mir? Ich hätte aufspringen und vor Butschäumen, auf und ab gehen und sie als alles andere als ein Kind Gottes beschimpfen sollen. Ich hätte der Person, für die sie mich eintauschte, drohen sollen. Ich hätte etwas anderes als völlige Betäubung fühlen sollen. Acht Monate, sagte sie. Ich schloss die Augen. Acht Monate, wiederholte ich. Du triffst dich seit acht Monaten mit einer anderen, und das Erste, was ich höre, ist, dass du die Scheidung willst. Ich zuckte mit den Schultern. Ich nehme an, du wirst mich vor Gericht ausnehmen. Da Entfremdung der Zuneigung hier in Kalifornien nicht gern gesehen wird, habe ich hier kaum eine Möglichkeit. Nein, Meck, sagte sie und schüttelte langsam den Kopf. Deine Angelegenheiten gehen nur dich etwas an. Nicht mich. Das Haus habe ich von meinen Großeltern geerbt, aber ich gebe dir ein paar Tage Zeit, um auszuziehen. Natürlich erst, nachdem du eine eigene Wohnung gefunden hast. Ich werde eine Weile Unterhalt verlangen, bis ich wieder heirate. Aber nichts, was die Bank sprengen würde. Ich seufzte. Kenne ich ihn? Fragte ich ausführlich. Wenn du ihm in irgendeiner Weise schadest, landest du im Gefängnis, sagte sie unnötigerweise. Nicht, dass ich ihm nicht wehtun wollte, aber ich wollte auch nicht mein Geschäft verlieren. Das weiß ich. Ich denke, ich habe ein Recht zu erfahren, mit wem sie sich in den letzten acht Monaten getroffen haben, ich zuckte mit den Schultern. Regenet Pennington, sagte sie und hielt den Kopf aufrecht. Donnerwetter. Das, Freunde, war Bombe Nummer zwei. Ich hasste ihn bereits, auch schon vorher. Okay, jetzt war ich wütend. Ich schloss meine Augen und atmete tief durch, um mich zu beruhigen. Retinelt Pennington. Blond, blauäugig, stinkreich, aus einer alten Familie und außerdem noch ultrasnobistisch und engsternig. Ich hatte Maggie vor ihm gewarnt, nachdem wir mit ihm zu Abend gegessen hatten, um einige der Wohltätigkeitsorganisationen zu besprechen, in denen wir zu dieser Zeit alle involviert waren. Sie hatte meine Warnung belächelt und mir gesagt, dass er harmlos sei. Ja, klar. Harmlos wie eine Klapperschlange. Wir hatten ihn bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in unserer Gemeinde kennengelernt und schon damals hatte mir nicht gefallen, wie er Maggie angesehen hatte. Er hatte mich mit Verachtung angesehen und sie mit einem reinen Interesse in seinen Augen. Ich war so wütend, dass ich es kaum schaffte, Maggie wieder in die Augen zu sehen. Tja, ich schätze, da kann ich wohl nicht viel machen, ich zuckte mit den Schultern, so lässig ich konnte. Ich wünschte, es wäre nicht so weit gekommen, Maggie. Sie lächelte traurig, was ich als Schauspiel durchschaute. Sie versuchte nur, meinen Schmerz zu lindern. Ich durchschaute sie jedoch. Das ist eine Lüge, Max, sagte ich ruhig. Mein Gehirn arbeitete jetzt an einem Plan. Aber was soll's? Ich werde die Scheidung nicht anfechten, solange es das ist, was du sagst. Ich werde meinen Anwalt die Papiere durchgehen lassen, bevor ich sie unterschreibe, weißt du. Sie nickte. Ich hätte nichts anderes erwartet, Mac. Nur damit du es weißt, es lag nicht an dir. Reginald und ich haben uns auf einer Seelenebene verstanden. Ich liebe dich wirklich, aber ich bin in ihn verliebt. Es tut mir wirklich leid, dass es so kommen musste, Mac. Was für ein Unsinn! Sie war in sein Geld verliebt. Seine Familie ist milliardenschwer. Am Abend des Wohltätigkeitsbowls, an dem wir teilgenommen hatten, hatte er zu nah an Maggie getanzt, und als sie sich trennten, bemerkte ich, wie er sich zurechtrückte, nachdem sie wieder an unseren Tisch zurückkam. Ich wusste genau, dass er nicht genug hatte, um sie im Bett zu befriedigen. Ich hätte fast übersehen, dass er unter seiner engen Hose einen Ständer hatte, bis er ihn zurechtrückte. Ich musste mich beherrschen, um nicht lautlos zu lachen, denn zumindest in dieser Hinsicht war Maggie eindeutig im Nachteil. Aber da ich noch nicht alles aufs Spiel setzen wollte, sagte ich nur, es tut mir auch leid. Nach diesem kurzen Gespräch gab sie mir den braunen Umschlag. Morgen früh wird dir die offizielle Vorladung zugestellt, Mac. Ich treffe dich dann mit meinem Anwalt in Tims Büro. Das ist nur eine Vorschau auf das, was ich von der Abfindung will, sie bezieht sich auf Tim Gresong, meinen besten Kumpel seit der Grundschule und meinen Anwalt in allen Angelegenheiten, seit ich McDougals Schokoladenfabrik gegründet habe. Weißt du was? Lass die Unterhaltszahlungen weg, und wir sind im Geschäft. Reggie ist reich. Du brauchst mein Geld nicht, oder? Ich wusste, dass es ein riskantes Unterfangen war, aber das war sie mir zumindest schuldig. Sie schien darüber nachzudenken. Verdammt, wenn sie darauf einginge, würde ich den Plan, der sich bereits in meinem Kopf formte, vielleicht nicht einmal mehr durchziehen. Nein, Mac. Ich brauche etwas von all dem. Immerhin habe ich zehn Jahre meines Lebens mit dir verschwendet. Diese Aussage, dass unsere gesamte Ehe, ja unsere gesamte gemeinsame Zeit während der Verlobung und des Zusammenseins, für sie reine Zeitverschwendung gewesen war, weckte in mir den Kampfgeist. Ich sah mir die geforderte Unterhaltszahlung an und zog eine Augenbraue hoch. Sie wollte 2200 Dollar Unterhalt pro Monat für zwei Jahre oder bis sie wieder heiraten würde, je nachdem, was zuerst eintritt. Das war etwa die Hälfte dessen, was ich nach Abzug der Gemeinkosten und der Bezahlung meiner Mitarbeiter im Monat verdiente. Ich konnte davon leben und ich hatte mehr als genug auf meinem persönlichen Sparkonto. Ich tat so, als würde ich darüber nachdenken. Na gut. Ich schätze, das wird sich am Ende lohnen, ich zuckte schließlich mit den Schultern. Ich werde jetzt packen. Ich reise heute Abend ab. Und das tat ich dann auch. Ich packte meinen Koffer und meinen Anzugkoffer mit meinen Kleidern, Toilettenartikeln und all dem anderen Kram. Ich packte auch meine umfangreiche Musik-CD-Sammlung ein, die alles von Marty Robbins über Metallica bis hin zu Mozart enthielt. Ja, sie umfasste alle diese Genres. Ich hatte sogar ein paar Sir Mixerlot-CDs zum Spaß dabei. Ich lud alles in meinen Bullit, einen 1968er Mustang Fastback 390 GT, und fuhr los. Ich war in weniger als einer Stunde weg und rief Kat auf meinem Handy an, sobald ich unterwegs war. Hey, Mac. Was gibt's? Kat antwortete beim zweiten Klingeln. Kat, ich wurde gerade rausgeworfen und morgen früh bekomme ich in Tims Büro die Scheidungspapiere. Maggie will sich verbessern, zumindest in ihrer Vorstellung, ich schnaubte, und in meiner Stimme war endlich die Bitterkeit zu hören. Soll das ein Witz sein? Sie klang so schockiert, wie ich mich fühlte. Nein. Ich werde im Holiday Inn wohnen, bis ich eine Wohnung gefunden habe, antwortete ich. Oh nein. Du kommst jetzt sofort zu mir, Mister. Sie war unerbittlich. Gut. Ja, ma'am. Ich musste trotz allem lachen. Gut. Wir sehen uns, wenn wir uns sehen. Sie beendete das Gespräch, und ich konnte nicht anders, als zu lächeln und den Kopf zu schütteln. Katharina Monroe ist meine Managerin in der Schokoladenfabrik. Sie sieht Aisha Tyler ziemlich ähnlich, nur ein bisschen jünger. Aber genauso groß. Eine nubische Göttin mit einer Körpergröße von 1,80 m. Wir nennen sie alle Kat, und sie hatten nichts dagegen. Ihr Freund, Darius Jackson, spielt für die L.I. Dodgers, was ihn in meinen Augen cool macht. Er war gerade auf einer Reise zu 8 spielen und würde irgendwann nächste Woche zurück sein. Das gab mir ein paar Nächte in Katz' Gästezimmer, bevor er zurückkam. Darius war cool zu mir, also konnte ich vielleicht noch länger bleiben. Nein. Ich musste mir eine eigene Wohnung suchen. Mit dem Geld auf meinem Konto könnte ich mir wahrscheinlich ein erschwingliches Haus kaufen, aber die 50-50-Aufteilung des gemeinsamen Vermögens war noch nicht erfolgt. Ja, ich müsste wahrscheinlich eine Weile eine Wohnung mieten, bevor ich mir wieder ein eigenes Haus leisten könnte. Meine Gedanken wurden unterbrochen, als ich feststellte, dass ich in der Nähe von Katz' Wohnung war. Ihr Freund wohnte nur manchmal dort, aber er drängte Kat, mit ihm nach L.I. zu ziehen. Kat wollte sich aber noch nicht festlegen. Sie wollte erst eine feste Bindung von ihm. So wie einen Ring am Finger. Da stand ich nun, 32 Jahre alt, immer noch in guter Form, bereits Millionär, aber von der Frau, in die ich mich verliebt und die ich geheiratet hatte, als selbstverständlich angesehen. Meine baldige Ex-Frau, die betrügerische Goldgröberin. Ich fuhr in Katz' Einfahrt und parkte direkt neben ihrem kleinen Ford Fusion. Ich schwöre, dass das kleine Auto vor Angst vor Bullit zusammenzuckte. Ich grinste, als ich Bullit noch einmal richtig auf Touren brachte, bevor ich den großen V8-Motor abstellte. Als ich den Kofferraum öffnete und meinen Koffer herausholte, sah ich, wie Kat die Tür öffnete und in einer kurzen Jeans und einem Tanktop herauskam. Ich hielt den Atem an, als ich ihre vollen Brüste sah, die sich unter dem Tanktop abzeichneten, ihre langen seidigen Beine und ihre wunderschöne runde Figur. Ich schob diese Gedanken jedoch schnell aus meinem Kopf. Ich schloss den Kofferraum und ging auf sie zu. Kat ließ mich ohne ein Wort herein. Ihr Gesichtsausdruck war ein Ausdruck von Unglauben, der mit verschiedenen anderen Gefühlen kämpfte. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch unter Schock stand. Ja, ich stand unter Schock. Nur so konnte ich überhaupt noch funktionieren. Aber kaum war ich drinnen, ließ ich den Koffer fallen und sank auf die Knie. Die ganze Tragweite dessen, was geschehen war, drang endlich in mein von Schock benebeltes Gehirn. Ich hatte es so lange wie möglich verdrängt, aber jetzt brach alles aus meinem geistigen Versteck und aus meinen Augen hervor. Heftige Schluchzer schüttelten meinen Körper, während die Tränen in Strömen flossen, und ich fühlte, wie zwei lange weibliche Arme sich um meine Schultern legten, als Kat sich neben mich kniete. Ich klammerte mich verzweifelt an sie, denn allein ihre Gegenwart hielt mich in dieser Welt und bewahrte mich davor, mich völlig in mich selbst zurückzuziehen. Eshara, es ist jetzt alles gut. Du wirst wieder gesund, Meck, beruhigte sie mich. Nein, das werde ich nicht, ich schüttelte den Kopf. Ja, ich suhlte mich in Selbstmitleid. Das gebe ich offen zu. Ihre Reaktion war, meinen Kopf an ihren üppigen Busen zu ziehen, und in diesem Moment fühlte ich mich geliebt. Die Liebe einer sehr guten Freundin, aber zumindest fühlte ich mich von jemandem geliebt. Sie zog mich mit sich hoch, und wir gingen. Okay, sie ging, und ich stolperte ins Wohnzimmer und ließ mich auf ihrer großen Leder-Couch fallen. Hey, wir können uns Darius' Spiel ansehen. Die Dodgers spielen heute Abend in Atlanta gegen die Braffes. Sie versuchte, mich aufzumuntern, und sie weiß, wie sehr ich Baseball liebe. Ich schniefte wie ein Kind. Na gut, ich denke, es kann nicht schaden, ich versuchte zu lächeln, aber ich glaube, es endete eher in einer Grimasse. Sie schaltete den Fernseher ein, und das Spiel war im vierten Innen in Atlanta. Der Spielstand war bereits 4 zu 2 für die Dodgers. Das hat mich tatsächlich aufgemuntert und mich von meinen eigenen Sorgen abgelenkt. Kat holte uns beiden ein Bier, und wir schauten uns das Spiel gemeinsam an. Es ging eine Weile hin und her, aber am Ende gewannen wir in der Verlängerung. Am Ende lachten und jubelten wir, als Darius den Flyball fing, um das Spiel zu beenden und einen weiteren großartigen Sieg der Dodgers zu sichern. Ich nahm gerade einen großen Schluck von dem lokalen Bier, als Katzlachen plötzlich verstummte. Das kann doch nicht wahr sein, rief sie laut aus, den Mund vor Schreck weit aufgerissen, während sie den Fernseher an von Kälte. Ich folgte ihrem Blick und sah, wie Darius eine Frau küsste. Und das war nicht nur ein freundschaftlicher Kuss. Sie waren in eine heiße Kussorgie verwickelt. Ist da etwas im Wasser? fragte ich laut. Es war alles, was mir einfiel, als ich sah, wie Katz' Beziehung und meine Ehe den Bach runtergingen. In dem verdammten Wasser muss eine Betrugspille sein. Knurrte sie. Ich sah sie an, und das Feuer in ihren dunkelbraunen Augen machte mich nervös. Und eine weiße Frau. Das. Er sagte, er mag weiße Frauen nicht einmal. Ich hörte ihr zu, wie sie etwa 20 Minuten lang auf ihn losging, dann sah sie mich an und brach in Schluchzer aus. Ich erwiderte ihre Geste von vorhin und hielt sie fest, während sie sich alles von der Seele weinte. Als sie sich alles von der Seele geweint hatte, sah sie mich mit blutunterlaufenen Augen an, die so ziemlich meine eigenen widerspiegelten. Sieh uns an, was? Zwei von der gleichen Sorte, sie lachte traurig, und ich lächelte, während mir auch ein paar Tränen über die Wangen kullerten. Naja, wenigstens hat Maggie es mir im Privaten angetan, ich zuckte mit den Schultern. Dieser Kerl hat es im nationalen Fernsehen getan. Es tut mir so leid, Cut. Das ist nicht deine Schuld, Schatz, sie umarmte mich fest und griff dann nach ihrem Handy. Entschuldige, während ich seinen untreuen Ex anrufe und ihm sage, was Sache ist. Kein Problem, ich nickte, als sie seine Kurzweiltaste drückte. He, Darius? Äh, ja. Wir haben das Spiel gesehen. Meck kam vorbei, weil seine untreue Frau sich von ihm scheiden lässt und ihn rausgeworfen hat. Nein, er wird ein paar Tage bei mir bleiben. Nur bis er eine eigene Wohnung gefunden hat. Nein, und das bringt mich dazu, dich anzurufen. Ich habe gesehen, wie du mit dieser Frau Zungenküsse ausgetauscht hast. Sie hielt inne und lauschte ein paar Sekunden, während sie die Augen verdrehte. Sie legte den Finger auf die Lippen und drückte auf die Sprechtaste, damit ich mithören konnte. Ich nickte verständnisvoll. Aber Baby, ich mach doch nur Spaß. Ich habe Bedürfnisse, weißt du. Sie bedeutet mir nichts. Ich brauche nur etwas nebenbei, während ich unterwegs bin. Das musst du doch verstehen, er winselte und bettelte. So dumm, wie er war, gehörte er meiner Meinung nach nicht zu den Dodgers. Tja, Darius, das war's dann wohl, sagte sie mit eiserner Stimme. Ich werde das Zeug, das du hier gelassen hast, an deine Wohnung in L.E. zurückschicken. Ich will dich weder sehen, noch von dir hören, oder sonst irgendwas. Verstehst du? Aber Baby, er begann, verzweifelt zu klingen. Du hast das Recht, mich Baby zu nennen, verloren, als du diese Frau im nationalen Fernsehen geküsst hast. Ich spiele dieses Spiel nicht mit. Wir sind fertig. Vorbei. Merk dir das endlich. Auf Wiedersehen, Darius. Ich hoffe, sie war es wert. Bevor er noch mehr jammern konnte, beendete Kat das Gespräch und blockierte seine Nummer. Sie sah mich an und lächelte reumütig. Tja, das war's dann wohl. Null Toleranz. Ich nickte. Null Toleranz. Ich stimme dir zu, Kat Betrüger verdienen keine zweite Chance. Was hat sie mit der Scheidung vor? Sag bloß nicht, dass sie dich ausnehmen will. Ich schwöre, ich schlage der Blondine den Kopf ab. Kat brachte mich immer mit ihren Euphemismen zum Lachen und ich musste bei dieser Bemerkung grinsen. Merkwürdigerweise nicht. Sie will 2200 Dollar Unterhalt im Monat, wahrscheinlich, damit ich nicht versuche, sie daran zu hindern, so schnell wie möglich wieder zu heiraten, aber abgesehen davon ist die Abfindung, die sie anbietet, sehr fair, ich zuckte mit den Schultern. Ich hatte alles herausgeschrien und war in die Phase der Akzeptanz des Scheidungsschmerzes eingetreten. Okay, Akzeptanz war weit gefehlt. Ich wollte sie dafür bezahlen lassen und jetzt, da ich klar denken konnte, nahm mein Plan in meinem Kopfgestalt an. Es hing von ein paar Dingen ab, wie zum Beispiel, wer das Catering für ihre Hochzeit lieferte, aber je mehr ich darüber nachdachte, desto besser fühlte es sich an. Also meint sie es ernst mit dem Kerl? Hat sie dir gesagt, wer es ist? Fragte Kat. Ja, und das wird dir gefallen. Reginald Pennington 4, ich grinste. Kat's Augen wurden groß. Ich hätte Maggie nie für eine Goldgröberin gehalten. Ich auch nicht, bis jetzt. Sie hat anscheinend alle getäuscht, ich zuckte mit den Schultern. Ihre Eltern mochten mich nie, also bin ich mir ziemlich sicher, dass sie sie dazu gedrängt haben, zumindest ein wenig. Ich war nie gut genug für ihren kleinen Liebling, ich ließ meine Verbitterung für einen Moment zu. Vergiss sie, Kat zuckte mit den Schultern. Ich sehe, wie die Räder sich drehen, Mick. Was hast du vor? Kat konnte immer sehen, wenn ich angestrengt nachdachte. Sie sah es oft genug bei der Arbeit, wenn ich ein Problem im Laden oder in der Fabrik lösen musste. Rache in monumentalen Ausmaßen, ich lächelte gelassen, als ich es ihr sagte. Vertrau mir einfach. Das wird sie für den Rest ihres Lebens nachhaltig beeindrucken. Okay, ich traue mich fast nicht zu fragen. Was hast du bisher? Kat kicherte jetzt. Ich legte ihr meinen grundlegenden Plan dar und sie brach in schallendes Gelächter aus. Du bist echt verrückt. Sie quietschte vor Lachen, während ihr die Tränen übers Gesicht liefen. Okay, wir müssen uns überlegen, wie wir das anstellen. Also taten wir das. Wir blieben auf, tranken wir und schmiedeten einen Plan, wie wir vorgehen wollten, wenn die Hochzeit stattfinden würde. Wir dachten, dass sie in drei Monaten heiraten würden, da ich mich nicht gegen die Scheidung wehren würde und dass sie ein bis sechs Monate danach heiraten würden. Wir würden bereit sein und wenn ich mit Megge und ja, sogar mit Regineld, freundlich bleiben könnte, wäre es mir vielleicht möglich, an der Hochzeit teilzunehmen, ohne sie zu sprengen. Als ich meinen Koffer und meine Tasche ins Gästezimmer brachte, war es bereits nach Mitternacht. Ich sagte Kat, dass ich erst spät in den Laden kommen würde, da ich am nächsten Morgen noch zu Tim gehen musste, um die Scheidungspapiere zu unterzeichnen. Sie sagte, sie würde alles am Laufen halten, bis ich da wäre, oder ich könnte mir den Tag freinehmen, wenn ich wollte. Ich schlief in dieser Nacht überraschend gut. Vielleicht lag es am Bier, das wir in Maaßen getrunken hatten, oder vielleicht lag es an dem ausgeklügelten Plan, den ich mir ausgedacht hatte, um Reginals und Magies Hochzeit zu einem unvergesslichen Erlebnis für sie zu machen. Wie auch immer, ich war mit dem, was wir uns ausgedacht hatten, zufrieden. Ich war hellwach und hatte ein Lächeln auf dem Gesicht. Ich hörte, wie Speck und Eier auf dem Herd brutzelten, und der Geruch weckte mich noch mehr auf. Sie hatte auch eine frische Kanne Kaffee aufgesetzt, und das war noch besser. Ich konnte mich nicht daran erinnern, wann Maggie mir das letzte Mal Frühstück gemacht hatte, aber Kat schon, und wir waren nur vorübergehende Mitbewohner. Ich duschte und zog ein T-Shirt und Jeans an, da ich nach dem Besuch bei Tim keine Lust hatte, in den Laden zu gehen. Dann gesellte ich mich zu Kat in die Küche. Guten Morgen, Kat, sagte ich lächelnd, als ich mich auf den Barhocker in ihrer Küchenecke setzte. Guten Morgen, Sonnenschein, sie lächelte mich strahlend an. Du siehst heute Morgen viel besser aus als gestern Abend, als du gekommen bist. Dank dir und dem Bier, ich nickte anerkennend, was sie zu einem musikalischen Lachen veranlasste. Ich musste auch lachen, denn Kat's Lachen ist ansteckend. Hier sind ein paar Eier und Speck für dich. Kommst du nach dem Termin mit Tim zur Arbeit? Sie stellte den Teller und eine Tasse Kaffee vor mir ab. Danke, Kat. Nein, ich glaube, ich nehme mir den Tag frei. Ich weiß nicht, wie ich reagieren werde, nachdem ich mich mit Meggie und ihrem Anwalt zur Unterzeichnung getroffen habe. Ich zuckte mit den Schultern. Ich sage dir was. Ich lade dich später zum Mittagessen ein und erzähle dir, was passiert ist. Kat nickte. Das solltest du auch, Meg. Ich bin froh, dass ich nicht mit dir gehe. Wenn ich sie sehen würde, müsste ich wahrscheinlich etwas sagen. Das ist einer der Gründe, warum ich dich liebe, Süße, ich grinste. Du bist der treueste Mensch, den ich kenne. Oh, ich hab dich auch lieb, Boss, sie lächelte süß, als ich aufstand und sie umarmte. Kat ist nur 2,5 Zentimeter kleiner als ich, sodass ihr ganzer Körper an meinen gepresst war, als wir uns in einer Umarmung des Mitgefühls umarmten. Hey, unsere beiden Ex-Partner haben uns betrogen. Ich bin froh, dass du auch damit klarkommst, sagte ich zu ihr, während ich sie fest an mich drückte und dann wieder losließ. Wenigstens haben sie nicht miteinander geschlafen. Das wäre ein Klischee, sie pustete vor Lachen und ich musste auch lachen. Das stimmt. Aber dass wir beide es am selben Tag herausfinden? Das ist der größte Zufall aller Zeiten, ich gab mein Bestes, um Comicbuchverkäufer zu imitieren. Kat und ich lieben beide die Simpsons, also hat sie es sofort verstanden und mir mit einem Schulterklopfen ein kicherndes Lachen geschenkt. Du hast recht, Meck. Verdammt großer Zufall, was die betrügerische Droge im Wasser noch plausibler erscheinen lässt. Du und deine Verschwörungstheorien, ich verdrehte die Augen und lächelte sie spöttisch an. Als wir mit dem Aufräumen fertig waren und ihre Spülmaschine beladen hatten, gab sie mir einen Schlüssel zu ihrer Wohnung. Er sollte eigentlich an Darius gehen, aber ich denke, du wirst ihn dringender brauchen als er, sie lächelte. Danke, Kat, ich lächelte, küßte sie wieder auf die Wange und umarmte sie fest. Aber keine Sorge. Ich werde in ein paar Tagen eine eigene Wohnung finden und dann bin ich weg. Keine Eile, Meck, versicherte sie mir. Vertrau mir, Schatz. Ich habe dich lieber in meiner Nähe, wo ich ein Auge auf dich haben kann, als dass du allein bist, wo nur Gott weiß, was du allein anstellen würdest. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, also weiß ich, wie mein Vater es aufgenommen hat, als Mama ihn verlassen hat. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Okay, mum, ich grinste und sie klopfte mir mit einem frechen Grinsen auf die Schulter. Ich hatte gehört, was passiert war und dass ihre Mutter psychisch nicht ganz auf der Höhe war. Sie hatte Katz Vater nicht betrogen, aber es gab andere Probleme mit ihrer Persönlichkeit und ihrer psychischen Gesundheit, die sie zum Alkohol und schließlich zur Scheidung führten. Ich kannte nicht alle Details, aber es war nicht so schmutzig wie meine eigene Situation. Ihr Vater hatte es jedoch schwer getroffen. Um etwas über unsere Beziehung zu erfahren, Kat und ich kennen uns seit 20 Jahren. Sie ist zwei Jahre älter als ich, aber als Kinder hat sie mich in der Schule immer ein bisschen im Auge behalten. Damals war ich kleiner als alle anderen Jungen und wurde oft gehänselt. Kat war schon damals größer als die meisten Jungen und Mädchen und war auf dem besten Weg, eine Art Amazonen-Status zu erreichen. Sie hat sich für mich eingesetzt und niemand wollte es mit ihr aufnehmen. Aber sie war nicht nur in dieser Hinsicht reaktionsschnell. Sie brachte mir bei, wie ich mich behaupten kann. Sie brachte mir bei, wie man schmutzig kämpft, da meine eigenen Leute das nicht tun würden. Sie hatte schon früh gelernt, wie man sich um sich selbst kümmert. Als wir Teenager waren, war ich endlich so weit, dass ich einen Zentimeter größer war als sie. Gerade so. Ich hatte meinen letzten Wachstumsschub in der 10. Klasse und Kat war zu diesem Zeitpunkt bereits ausgewachsen. Sie ist 1,83 M groß und ich 1,85 M und so ist es bis heute geblieben. Wir sind beide seit unseren Bohnenstangentagen etwas kräftiger geworden, aber wir sind immer noch in guter Form. Sie war Hürdenläuferin in der Leichtathletik-Mannschaft und ich spielte Baseball. Aber während Kat gut genug für ein Stipendium an der USC war, war ich nicht gut genug im Baseball, um ein Stipendium zu bekommen. Also ging ich zur Armee und nutzte dann meinen GI Bill, um danach zur Schule zu gehen. Als ich kurz vor der Hochzeit mit Maggie den Schokoladenladen eröffnete, bewarb sich Kat um die Stelle als Geschäftsführerin. Sie hatte einen MBA-Abschluss, also stellte ich sie schnell ein. Im ersten Jahr konnte ich ihr nicht viel zahlen, aber als sich die Mundpropaganda verbreitete, hatten wir fast mehr Kunden, als wir bewältigen konnten. Ich konnte einige großartige Mitarbeiter für mich gewinnen und Kat war und ist die Beste von ihnen. Nach einem Jahr übertrug ich ihr die Leitung, um mit Maggie in die verspäteten Flitterwochen zu fahren. Kat hatte in diesen zwei Wochen alles reibungslos am Laufen gehalten und nach dem ersten Jahr waren wir auf dem besten Weg, den Bankkredit abzubezahlen und ich konnte es mir sogar leisten, allen eine schöne Gehaltserhöhung zu geben. Am Ende des dritten Jahres hatte ich an mein Geschäft eine kleine Fabrik mit einer großen Küche und allem, was dazu gehört, angeschlossen. Ich hatte einige Kakaobohnenverträge abgeschlossen und konnte einige schöne exotische Mischungen anbieten. Im fünften Jahr lieferten wir Süßigkeiten auf Sonderbestellung in ganz Kalifornien aus, aber ich weigerte mich standhaft, ein Franchise-Unternehmen zu gründen oder ähnliches. Wir lieferten fast nur noch auf Sonderbestellung. Mir wurden Millionen für mein Unternehmen angeboten, aber ich und meine Mitarbeiter lehnten den Verkauf ab. Sie entschieden, dass sie nicht für jemand anderen als mich arbeiten wollten. Hätte ich das Geschäft verkauft, hätten alle meine Mitarbeiter gekündigt. Das war für mich der Ausschlag. Ich wollte das Geschäft klein halten und mit meinen 20 Mitarbeitern einfach Spaß haben und dabei Geld verdienen. Wie sich herausstellte, war das der letzte Nagel zu meinem Sarg, was meine Schwiegereltern betraf. Magies Vater wollte sich in mein Geschäft einkaufen und es ausbauen. Ich wies ihn höflich, aber bestimmt ab und sagte, dass ich das Geschäft klein halten und ihm einen familiären Charakter geben wollte. Er machte mir ordentlich Feuer unter dem Hintern und erklärte mir, dass man nur mit einer Expansion richtig Geld verdienen könne. Ich wies ihn entschieden und weniger höflich darauf hin, dass ich bereits viel Geld verdiente, aber nicht so gierig werden wollte wie er. Ich fragte mich, was sie wohl davon halten würden, dass Maggie mich mit Reginald betrügt und sich dann von mir scheiden lässt und mir wurde klar, dass es mir egal war, aber dass sie es wahrscheinlich gutheißen würden. Altes Geld zieht altes Geld an und die Solivans waren zwar nicht so wohlhabend wie die Penningtons, aber dennoch altes Geld. Vergiss es. Kat und ich verließen das Haus nach dem Frühstück. Sie ging zur Arbeit, während ich Tim in seinem Büro aufsuchte. Als ich dort ankam, war Maggie noch nicht da, also unterhielten wir uns, bis sie eintraf. Als sie hereinkam, war Tim sichtlich angespannt. An seiner Körpersprache konnte ich erkennen, dass Maggie und ihr Anwalt nicht die einzigen Anwesenden waren. Ich drehte mich um und sah, dass Little Dickie Pennington höchstpersönlich anwesend war. In diesem Moment wünschte ich mir nichts sehnlicher, als ihm das selbstgefällige Grinsen aus dem Gesicht zu wischen. Stattdessen ignorierte ich seinen angebotenen Handschlag und sah Maggie an. Nun, bringen wir es hinter uns, zuckte ich mit den Schultern. Tim ging auf die vorgeschlagene Aufteilung und alles Weitere ein. Da mein Geschäft nicht mit ihrem Geld oder dem Geld ihrer Familie finanziert wurde und das Haus ein Geschenk ihrer Eltern war, nachdem ihre Großeltern gestorben waren, waren diese Dinge kein Gemeinschaftseugentum, sondern gehörten uns. Mein Mustang gehörte natürlich mir. Ich hatte ihn seit der Higgs-Schule restauriert. Tim überraschte mich. Sie lassen sich also von meiner Mandantin scheiden, um Retinelt Pennington 4 zu heiraten. Ist das korrekt, Mrs. McDougall? Die Frage überraschte sie. Nun, sie zögerte. Ein einfaches Ja oder Nein genügt bitte, Tim ließ nicht locker. Ihr Anwalt, eine Möchtegang Gloria Allred, rückte sich vor und flüsterte Maggie etwas ins Ohr. Ja, sagte sie leise und blickte beschämt zu Boden. Tim nannte sie nie Mrs. McDougall. Und wann planen sie die Hochzeit? Fuhr Tim fort. Jetzt waren Maggie, Reggie und Gloria Junior in der Klemme. Sie flüsterten heftig hin und her. Tim nutzte die Gelegenheit, um sich zu mir herüberzubeugen und mir ins Ohr zu flüstern. Unterhalt, ich nickte nur und lächelte. Er versuchte, mich aus der Pflicht zu nehmen, ihr einen Cent zu zahlen. Als die drei sich wieder voneinander lösten, sah Maggie Tim erneut an. So bald wie möglich nach der Scheidung. Die Hochzeit selbst haben wir bereits größtenteils geplant. Tim nickte. Und wenn diese Berichte korrekt sind, er zog einen detaillierten Finanzbericht über Reggie Boy hervor. Mr. Pennington hier ist, ohne die vielen Häuser und Autos, die er besitzt, allein für fast eine Milliarde Dollar solvent. Meine Frage, Mrs. McDougall, ist, warum wollen Sie, dass ein ehrlicher, hart arbeitender Mann wie ihr Ehemann Ihnen einen Cent Unterhalt zahlt, wenn Sie Mr. Pennington hier einfach um das Geld bitten können, das Sie ausgeben möchten? Maggie wurde wieder einmal in eine Diskussion mit Gloria Junior und El Culo verwickelt. Tim warf mir ein blitzschnelles Grinsen zu, und ich erwiderte es, während die drei über ihren nächsten Schritt berieten. Als sie aus der Beratung kamen, ergriff Gloria Junior das Wort. Was würden Sie denn als angemessene Entschädigung vorschlagen? Fragte sie und richtete ihren strengen Blick auf mich. Naja, sie kann alle Möbel haben, nicht nur ihre Hälfte. Das ist mir egal, ich zuckte mit den Schultern. Noch einmal in die Beratung, liebe Freunde. Diesmal war das Flüstern leiser, aber schließlich brachen sie doch das Schweigen und sahen Tim an. Einverstanden, sagte der Anwalt. Und so ging es weiter. Ich musste zwar keinen Unterhalt zahlen, aber auch keine Möbel bekommen. Gloria Junior nahm die nötigen Änderungen an den Scheidungspapieren vor, wie er alle unterschrieben, außer Sneak Boy, und die Papiere wurden noch am selben Tag eingereicht, sobald der Anwalt gegangen war. Als ich mich auf den Weg zu meinem Auto machte, kamen Megge und der litt ledig auf mich zu. Angus, alter Junge, ich hoffe, du bist mir nicht böse, und wieder streckte er mir die Hand zum Schütteln entgegen. Das war's. Ich nahm seine Hand und drückte sie so fest, dass sich sein Gesicht vor Schmerz verzehrte. Nennen Sie mich noch einmal Angus, Reginald, und ich mache Ihnen das Leben zur Hölle. Für Sie bin ich Mr. McDougall. Verstanden? Als ich mit dem Reden fertig war, kniete er auf dem Boden, und die Knochen in seiner Hand schabten aneinander. Ja, Mr. Meg. McDougall. Lassen Sie mich gehen, bitte. Sein Gesicht spiegelte echte Angst wieder. Ich ließ seine Hand los, und er atmete erleichtert auf. Das war dafür, dass du mich Angus genannt hast, sagte ich ruhig. Was Maggie angeht, so bin ich dir nicht böse. Ich lächelte, drehte mich um und ging zu meinem Auto. Ich fühlte mich gut. Ich war irgendwie der Unterhaltszahlung entkommen und war im Grunde frei und von ihr los, sobald die Scheidung rechtskräftig war. Oh. Das erinnerte mich daran. Ich ging zu ihnen zurück, während Maggie Retinelt aufhalf. Maggie, bevor ich gehe, brauche ich den Verlobungsring meiner Großmutter zurück, ich streckte meine Hand aus. Maggie sah mich an, als wäre ich gerade von einem anderen Planeten gefallen. Dann nahm sie den Verlobungsring und den Ehring ab und gab sie mir. Danke, ich lächelte und nickte ihnen zu, während ich die beiden Ringe einsteckte und zu meinem Auto zurückging. Ich startete den Leistungsstärken V8 und legte den Gang ein, als ich aufs Gas trat. Das Auto quietschte, als ich vom Parkplatz fuhr und hinterließ eine Spur aus Gummi auf dem Asphalt und eine Rauchwolke in der Luft. Das tat ich nicht oft, aber ich wollte den beiden Turteltauben eine deutliche Botschaft senden. Ich schaute in den Rückspiegel und sah, dass Retinelt immer noch fassungslos dastand und seine rechte Hand vorsichtig hielt. Ich grinste zufrieden, als ich auf den Laden zuvor. Als ich dort ankam, freute sich Kat, mich zu sehen und alle anderen auch. Sie kamen alle auf mich zu, umarmten mich oder schüttelten mir die Hand und sagten mir, wie leid es ihnen tat. Ich dankte ihnen allen und sagte ihnen, sie sollten wieder an die Arbeit gehen. Allerdings sagte ich das mit einem Lächeln auf den Lippen, damit sie wussten, dass ich ihre Bemühungen, mir zu helfen, zu schätzen wusste. Die Sache war die, dass ich mich bereits ziemlich gut fühlte. Abgesehen von den Anwalts und Gerichtskosten und der Tatsache, dass ich meine Hälfte der Möbel, die ich sowieso nie gemocht hatte, abgeben musste, hatte ich es gerade geschafft, eine unblutige Scheidung durchzuziehen. Komm schon, Kat, sagte ich. Lass uns Mittagessen gehen, ich fuhr uns in Bullit dorthin und Kat liebte es, darin zu fahren. Sie konnte das Brummen des Motors unter der Motorhaube hören und die Kraft spüren, die davon ausging, wie eine Aura der Erfolgt. Wir aßen und lachten, zwei alte Freunde, die ihr Essen und ihre Freundschaft teilten, und ein neues, sich festigendes Band der kürzlich verratenen Liebe. Ich kann immer noch nicht glauben, dass ich absolut keine Ahnung hatte, dass sie mich betrügt, zischte ich schließlich und gab meiner eigenen Unfähigkeit Ausdruck, blind zu sein, was Maggie betraf. Ich muss wirklich dumm gewesen sein. Nein, Mac, du warst verliebt. Liebe kann blind machen, weißt du? Kat lächelte und drückte mir über den Tisch hinweg die Hand. Ich lächelte, obwohl ich es gar nicht wollte. Danke, Kat, ich drückte ihre Hand und ließ sie wissen, wie sehr ich all das schätzte, was sie für mich tat, beruflich und persönlich. Sie war viel mehr als nur meine Büroleiterin und Freundin. Ich hatte mich schon vor langer Zeit auf sie verlassen. Zuerst in der Schule, als ich das kleine Kind war, das kleiner war als alle anderen. Dann als Mann, der sein Unternehmen zum Erfolg führen wollte und sie als die geeignetste und qualifizierteste Bewerberin aus einer Gruppe von Bewerbern eingestellt hatte. Du musst dich nie bei mir bedanken, Mac. Ein netter Bonus am Ende des Jahres ist dank genug, sie grinste und ich lachte laut auf. Betrachten Sie es als erledigt, ich lächelte und blickte ihr mit meinen dunkelblauen Augen in ihre dunkelbraunen Augen. Sie sah zuerst weg und ich bemerkte eine leichte Röte auf ihrem karamellfarbenen Gesicht. Ich war überrascht, aber ich erholte mich schnell. Ich sagte mir, ich solle damit aufhören. Sie ist meine Freundin und sie hatte gerade auch einen Verlust erlitten. In all den Jahren, in denen wir befreundet waren, hatte ich Katni auf diese Weise angesehen. Ich hatte sie nie als etwas anderes als eine Freundin betrachtet, wenn auch eine sehr schöne Freundin. Sicher, ich hatte bemerkt, dass sie eine sehr gut gebaute Frau ist, wie ich es auch in der Nacht zuvor in ihrem Haus bemerkt hatte, als ich vorgefahren war und sie herausgekommen war, um mich zu begrüßen. Verdammt, welcher heißblütige amerikanische Mann würde eine so wunderschöne Amazone wie sie nicht bemerken? Aber das ist etwas, was wir Männer ebenso machen. Das hier fühlte sich anders an. Mir wurde klar, dass ich noch nicht bereit dafür war und wir wechselten schnell das Thema. Nach dem Mittagessen fuhr ich sie zurück zum Laden und setzte sie dort ab. Sie sagte, sie würde mich zu Hause treffen, also fuhr ich zu den Klippen und schaute über den Pazifik. Ich schaute auf meine linke Hand und zog meinen Ring ab, der dort die letzten acht Jahre gelegen hatte. Ich griff in meine Tasche und holte auch Magies Ehering heraus. Ich betrachtete beide Ringe und allein ihr Anblick machte mich krank. Dann holte ich den Verlobungsring meiner Großmutter heraus und hielt alle drei Ringe zusammen. Ich steckte den Verlobungsring wieder in die Tasche und warf die Eheringe so fest ich konnte ins Meer. Sie glitzerten in der Sonne, als sie über die Klippen ins weiße Wasser stürzten, das unten auf die Felsen prallte. Das war für mich symbolisch. Meine Ehe war tot und das war die Leichenfeier. Sicher, die Scheidung musste noch durchgezogen werden, aber das war das, was ich für meinen eigenen Seelenfrieden tun musste und um in der Lage zu sein, weiterzumachen. Nur weil ich die Grabrede für meine Ehe gehalten hatte, bedeutete das nicht, dass ich meinen Plan aufgegeben hatte, es Meggie und Reggie heimzuzahlen. Ich dachte an die Zeile aus dem Song Violinx and Blozit, die lautete Peabax a bitch and I'm paying all. Ich lächelte, als ich Scott Columbus auf The Drums oftes hörte, wie er den Text sang, während Eric Adams die Bassline spielte und Joey De Mayo die Liedgitarre. Oh ja. Reggie würde dafür bezahlen, dass er mir meine Frau gestohlen hatte und meine Frau würde dafür bezahlen, dass sie mich betrogen hatte. Manche würden mich als rachsüchtig und als Höhlenmensch bezeichnen. Diesen Leuten würde ich nur sagen, Fahrt zur Hölle, macht einen 30 Kilometer Marsch in meinen Stiefeln und dann urteilt über mich. Drei Monate später war alles geklärt. Die gemeinsamen Konten wurden zu gleichen Teilen aufgeteilt. In dieser Zeit lebten Scott und ich als Mitbewohner zusammen und verstanden uns großartig. Niemand bei der Arbeit interessierte sich dafür, dass wir zusammen lebten. Die große Überraschung kam, als wir eines Abends nach Hause kamen und die Hochzeitseinladungen in der Post fanden. Hm, Maggie hatte also nicht gescherzt. Die Hochzeit war einen Monat nach der offiziellen Scheidung angesetzt. Ich grinste Kat an und sie grinste zurück. Okay, jetzt wird es ernst, sagte ich mit einem Hauch von Schalk, als ich uns zu Kostko fuhr. Es war einfach, den Ketterer für die Hochzeit zu finden. Er hatte schon vor ein paar Monaten mit uns zusammenarbeiten wollen, aber das Geschäft war damals geplatzt. Ich beschloss, ihm noch eine Chance zu geben und diesmal alles selbst auszuhandeln. Was mich sehr zum Lachen brachte, war, dass Maggie weiß tragen wollte, genau wie Reggie in seiner Marineuniform. Er war in den ersten Tagen des Krieges Marineflieger gewesen, während ich in Captain Drakes Alpha Team gedient hatte. Der Kerl konnte anscheinend nicht einmal einen normalen schwarzen Smoking tragen. Ein paar Abende vor der Hochzeit stattete ich den Ketterer einen Besuch ab und ersetzte die Schokoladenkuchenmischung durch meine eigene Spezialmischung. Ich grinste wie eine Grensekritze, als ich die Kuchenmischung durch etwas ersetzte, das nach Schokolade schmeckte. Nein, es war kein Gift. Es war nur etwas, das die Hochzeit von Maggie und Reggie für alle Beteiligten unvergesslich machen würde. Was ich da tat, war vergleichbar mit einem Streich aus der Schulzeit, nur mit viel mehr Stil. Aber, verdammt, ich musste mich rächen. Sie hatten mich acht Monate lang betrogen, bevor sie mich mit den Scheidungspapieren überrumpelten. Zugegeben, sie hatte sich bei der Scheidung sehr versöhnlich gezeigt und ich hatte nur ein gebrochenes Herz. Aber dieses gebrochene Herz würde sie teuer zu stehen kommen. Ich hielt Kat auf dem Laufenden und sie lachte sich schlapp, als ich ihr sagte, dass Operation Mutflap ein Erfolg werden würde. Die Einladung beinhaltete auch den Empfang, bei dem die eigentliche Unterhaltung beginnen sollte. Am Morgen der Hochzeit duschten Kat und ich gleichzeitig und nein, wir duschten nicht zusammen. Obwohl wir uns in den letzten Monaten näher gekommen waren. Wir waren jedoch immer noch vorsichtig, was Beziehungen anging und ich hatte Angst, unsere Freundschaft zu ruinieren, wenn wir sie auf die nächste Ebene bringen würden. Ich bin nur froh, dass sie diese Durchlauferhitzer installiert hat. Als ich meinen Armanianzug angezogen hatte, wartete ich im Wohnzimmer, bis Kat fertig war. Na, bin ich vorzeigbar? Fragte sie, während ich mir ein Footballspiel der Ukla ansah. Ich drehte mich zu ihr um und mir blieb die Spucke weg. Vor mir stand eine Schönheit, die man nur schwer beschreiben kann. Aber ich versuche es trotzdem. Kat trug ein smaragdgrünes Kleid, das sich wie angegossen an ihre Kurven anschmiegte. Der schimmernde Stoff umschmeichelte sie, als wäre er in ihren Körper verliebt und wollte sich nicht von ihm trennen. Ihr Haar war schulterlang und umrahmte ihr wüksches Gesicht perfekt. Ihre vollen, üppigen Lippen waren in einem verführerischen Rot geschminkt und der grüne Lidschatten passte perfekt zu ihrem Kleid. Sie trug 2,5 cm hohe Pumps, die sie auf meine Augenhöhe brachten. Ihre durchtrainierten Waden waren zu sehen und die 2,5 cm hohen Absätze betonten sie perfekt. Ihr üppiger Busen wurde von dem Oberteil ihres Kleides kaum zurückgehalten und als sie sich um sich selbst drehte, konnte ich einen Blick auf ihren karamellfarbenen Rücken werfen. Guter Gott! Du siehst toll aus, sagte ich, als ich endlich wieder in der Lage war, zusammenhängende Worte zu formen. Sie lächelte mich mit einem perfekten Lächeln an. Danke, Mac. Du siehst auch ziemlich gut aus. Ich wurde rot. Danke, Cut, sagte ich, als wir zur Tür hinausgingen. Wir fuhren zur Kirche. Ironischerweise lief gerade Billy Idols White Wedding im Radio. Als Bullet auf den Parkplatz fuhr, drehten sich die Leute um und starrten uns an, als der große V8-Motor unsere Ankunft ankündigte. Alle Gäste dort außer uns waren reiche alte Geldsäcke. Okay, das würde noch mehr Spaß machen, als ich erwartet hatte. Wir zeigten dem Türsteuer unsere Einladungen. Okay, Türsteuer ist vielleicht etwas zu viel gesagt. Er sah aus wie einer von Regis Nonix Sicherheitsleuten, die ihn zu öffentlichen Veranstaltungen begleiten. Es scheint, dass sich die Penningtons im Laufe der Jahre mit ihren Geschäftspraktiken einige Feinde gemacht haben, wodurch die Nonix notwendig wurden. Das hat mich überhaupt nicht überrascht. Regis Familie gehört zu den Menschen, die nach dem Motto handeln, was du nicht willst, dass man dir TU, das füge auch keinem anderen zu, oder es könnte auch heißen, wer das Gold hat, macht die Regeln. Und angesichts der verächtlichen Blicke, die Kat und ich von der versnobten Elite ernteten, freute ich mich umso mehr auf den heutigen Tag. Als wir uns auf die Kirchenbank setzten, beugte ich mich zu Kat und flüsterte ihr ins Ohr, denk daran, beim Empfang nicht schokoladenhaltiges zu essen. Sie kicherte leise und küßte mich kurz auf die Wange. Die Messe war lang und langweilig, wie es bei katholischen Hochzeiten ebenso ist. Ich musste mehrmals gegen den Schlaf ankämpfen, aber was soll's. Reggie sah zugegebenermaßen in seiner Marineuniform schneidig aus. Ein weiterer Grund, den Kerl nicht zu mögen. Er war Marineoffizier gewesen, bevor er seinen Dienst quittierte, um mit seiner Familie ins Geschäft einzusteigen. Sein Ring aus der Offiziersschule in Annapolis glänzte und schimmerte, als er darauf wartete, dass Maggie den Gang entlang schritt. Dann erklang der Hochzeitsmarsch und da kam sie, ihr Vater, an ihrer Seite. Ich erinnerte mich an unsere Hochzeit und daran, wie er mich die ganze Zeit über finster angeblickt hatte. Jetzt jedoch strahlte er vor Stolz, dass sein liebes kleines Mädchen endlich jemanden aus ihrem Stand heiratete. Ich hätte den Kerl am liebsten eine verpasst, aber ich beherrschte mich. Alles würde bei der Hochzeitsfeier bezahlt werden. So lief es. Ich will sie nicht mit den banalen Details des Eheversprechens, das sie beim ersten Mal nicht ernst genommen hatte, dem Austausch der Ringe, den sie mit ihrer Affäre missachtet hatte, oder irgendetwas anderem langweilen. Dann gewann ich auf einmal den Oscar, den Emmy, den Tony und den Golden Globe als bester Schauspieler, als ich den beiden beim Empfang gratulierte. Kat hätte den Oscar als beste Schauspielerin gewonnen, da sie Magies verrat an mir als Verrat an allen, die für mich arbeiteten und sie wie eine Schwester liebten, empfand. Reggie rieb es mir mit den Worten unter die Nase, Enges, alter Junge, ich hoffe, du bist mir nicht böse. Der Bessere hat am Ende gewonnen. Ich musste mich sehr zusammenreißen, um ihn nicht zu Boden zu schlagen. Stattdessen sagte ich, du hast recht. Der Bessere hat gewonnen, dann packte ich die leicht überraschte Kat und küsste sie mit aller Kraft. Kat erstarrte für einen Moment, erwiderte meinen Kuss dann aber mit Begeisterung. Direkt vor Reggie und Maggie nahm ich Kat mit meinen Lippen in Besitz. Dieser erste Kuss war unglaublich. Alles um uns herum verschwand für einen Moment, als unsere Zungen miteinander tanzten, dann schlang sie ihre Arme um meinen Hals und ihre Finger fuhren durch mein Haar. Als wir den Kuss beendeten, sah Kat zu Reggie und Maggie. Ja, der Trauzeuge hat wirklich gewonnen, sie zwinkerte und ließ das glückliche Paar mit offenem Mund stehen. Wir grinsten uns an, als wir unsere zugewiesenen Plätze einnahmen und aßen Hummer zum Abendessen. Der war wirklich gut. Dann war es Zeit für die richtige Unterhaltung, als die Hochzeitstorte hereingerollt wurde. Reggie und Maggie schnitten die Torte feierlich an und die Torte schnitt beide feierlich an. Alle lachten und die Leute gingen nach vorne, um sich ein Stück Torte zu holen. Wir beschlossen, uns am Ende der Schlange anzustellen, da es eine Wahnsinnsshow werden würde. Und tatsächlich, sobald wir bei der Torte angelangt waren, brach der Teufel los. Es begann mit einem Geräusch, das ausgerechnet die Braut von sich gab. Und nicht nur ein leises Geräusch. Der Ripper war im ganzen Speisesaal zu hören. Darauf folgte ein lautes Geräusch vom Bräutigam selbst. Ich warf einen Blick in ihre Richtung und sagte mit lauter Stimme, ihr seid entschuldigt. Was bei der versnobten Elite um mich herum für einige Lacher sorgte. Oh, sie sollten jedoch nicht verschont bleiben. Maggie gab ein glucksendes Geräusch von sich und machte ein überraschtes Gesicht, das schnell von einem Ausdruck puren Schreckens abgelöst wurde. Reginald verzog das Gesicht, als er etwas übles roch und gab dann selbst ein glucksendes Geräusch von sich. Sie sahen sich entsetzt an, als das Glucksen auch die anderen Gäste erreichte. Maggie und Reggie Boy waren so schnell wie möglich auf den Beinen und ich konnte sehen, wie braune Flüssigkeit unter ihrem Kleid auf den Boden tropfte, gefolgt von Reggie, der versuchte, den sich ausbreitenden braunen Fleck auf der Rückseite seiner Dressweithose zu verbergen. Beide rannten wie verrückt zu den Toiletten und bald folgten ihnen weitere Gäste, die feststellten, dass sie sich gerade bepinkelt hatten. Kat und ich verließen schnell und leise den Raum und saßen im Bullit, als wir uns vor Lachen nicht mehr halten konnten. Uns liefen die Tränen über die Wangen, so sehr mussten wir lachen. Oh mein Gott, Meck, lachte Kat und hielt sich dann den Bauch vor Lachen. Ich lachte genauso laut wie sie. Meinst du, ich habe zu viel aufgetragen? Sagte ich zwischen meinen Tränen überstummten Lachanfällen. Wie schnell wirkt das Zeug denn? Sie lachte wieder. Nun, auf den Packungen bei Costco stand, dass es gut wirkt, aber man nicht zu viel davon verwenden soll, ich kicherte, als unser Gelächter schließlich etwas nachließ. Wie viele Schachteln hast du in den Teig gegeben? Fragte sie ungläubig. Alle, ich lächelte gelassen, was Kat fast wieder zum Lachen brachte. Ich hatte ein Abführmittel in Pulverform mit Schokoladengeschmack verwendet und es in die Kisten mit Backmischungen gefüllt, die die Ketterer für die Hochzeit in Pennington zurückgelegt hatten. Der Kuchen und die Kup-Kakis waren fast reine Abführmittel, da ich den Großteil der Kisten mit Backmischungen weggeschüttet und durch das Abführmittel in Pulverform ersetzt hatte. Ich hatte auch etwas davon in die normale Backmischung gegeben, damit sie nicht zu stark war. Aber verdammt! Ich hatte nicht erwartet, dass es so schnell wirken würde. Das war nur das Sahnehäubchen auf dem Kuchen, haha. An dem Abend, an dem ich zum Ketterer gegangen war, wollte ich eigentlich einen Vertrag mit ihm über die Schokolade aus meiner Fabrik aushandeln. Er hatte mich einige Monate zuvor kontaktiert und ich hatte versprochen, mich bei ihm zu melden. Ich sagte ihm, dass wir aufgrund der Krankheit einiger Teammitglieder etwas im Rückstand seien, aber sobald wir wieder voll einsatzfähig seien, könne ich ihm einige Muster mitbringen. Er hatte einen gierigen Blick in seinen Augen, als er dachte, dass ich ihm geben würde, was er wollte. Nachdem er mir das Gebäude gezeigt hatte, führte er mich in die Küche und wies mich sogar darauf hin, dass sie das Catering für die Hochzeit in Pennington übernehmen würden. Ich wusste das natürlich bereits, aber er wusste nicht, dass die Braut meine betrügerische, geldgierige Ex-Frau war. Ich spielte mit und sobald er seinen Leuten gesagt hatte, dass sie für heute Schluss machen könnten, ging er nach einem Händedruck wieder in sein Büro. Er sagte, er würde die Unterlagen für den Vertrag vorbereiten und mir und Tim Bescheid geben, sobald er fertig sei. Ich glaube jedoch, dass er den Vertrag in den Tagen nach der Hochzeit völlig vergessen hat. Sobald alle gegangen waren und ich sein Büro verlassen hatte, ging ich zur Hintertür der Küche, hielt sie offen und fuhr mit meinem Auto herum. Ich tauschte die Backmischung für den Kuchen gegen das Abführmittel für Schokolade aus und ging. Ich vergewisserte mich, dass die Küchentür verriegelt war und dass ich keine der mitgebrachten Kisten zurückgelassen hatte. Eine Sache, die uns Käpt'n Dreck beigebracht hatte, als ich noch beim Militär war, war, niemals Spuren zu hinterlassen. Er ist ein guter Kerl. Zuletzt hörte ich, dass er seinen Dienst quittiert hatte und jetzt Geschichtsprofessor an der Ukla war. Am Tag der Hochzeit waren alle Beweise beseitigt. Nichts konnte mich mit der Superlax-Torte in Verbindung bringen. Nur Kat und ich wussten von dem Plan und sie sagte nichts. Als Kat und ich wieder in unserer Wohnung waren, sah sie mich ernst an. Meck, dieser Kuss vorhin, sie begann. Kat, ich weiß, dass ich mich daneben benommen habe, aber du siehst so wunderschön aus und ich konnte nicht anders, platzte ich heraus. Sie legte einen Finger auf meine Lippen. Lass mich ausreden, Baby, sagte sie. Dieser Kuss vorhin war der beste Kuss, den ich je hatte. Du bist ein guter Mann. Was ich sagen will, ist, dass ich glaube, dass wir gut zusammenpassen könnten. Sie wurde etwas rot und ich beugte mich vor und küsste sie langsam. Unsere Lippen berührten sich und sie öffnete den Mund, um meine Zunge in ihrem Mund aufzunehmen. Wir küssten uns liebevoll und zärtlich und ich konnte nicht anders, als das Gefühl zu haben, dass ich so lange etwas so Gutes verpasst hatte. Als sich unsere Lippen schließlich trennten, sahen wir uns in die Augen. Ich glaube, wir passen auch gut zusammen. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Ich lächelte und sie lächelte zurück. Als wir drinnen waren, küßten wir uns wieder langsam. Während ich sie küßte, schob ich ihr die Träger ihres Kleides von den Schultern. Meine Hände fanden ihre Brüste und drückten sie liebevoll. Später, als Kat und ich kuschelten, sah sie mich mit einem zufriedenen Lächeln an. Wow, Mac! Was hat sich deine Ex nur dabei gedacht? Du meinst, du hast nicht die Dollarzeichen in ihren Augen gesehen, als sie zum Altar ging? Ich grinste. Kat, ich bin nicht so reich wie die Penningtons oder Reginald im Besonderen, aber vertrau mir, wenn ich sage, dass ich dich nie hängen lassen werde. Pennington, sie lachte lange und laut. Du meinst, Mr. Braunshortz? Ja, sie sollten ihren Nachnamen wahrscheinlich jetzt rechtlich ändern lassen, ich stimmte zu und kicherte. Als wir uns von der letzten Lachattacke erholten, zog ich Kat an mich und küsste sie erneut. Nun werden sich einige fragen, warum ich den Ketterer so ausgewählt habe. Das Problem war, dass Sal, der Besitzer, Kat angemacht hatte, als sie das erste Mal zu ihm gegangen war, um mit ihm zu verhandeln, als er zum ersten Mal Interesse an einer Zusammenarbeit mit uns gezeigt hatte. Nachdem sie Sal eine Ohrfeige verpasst hatte, als er zu aufdringlich wurde, kam sie zurück und sagte, dass wir keine Geschäfte mit ihm machen sollten. Das änderte sich, als sie als Ketterer für die Hochzeit in Pennington angekündigt wurden und ich sah die Gelegenheit, sozusagen zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Die Folgen der braunen Hochzeit, wie die Presse sie nannte, waren sofort spürbar. Die Nachrichtensender und Zeitungen berichteten am nächsten Tag darüber und es gab tolle Fotos und Videos von der Braut, dem Bräutigam und den Gästen, die aus dem Speisesaal in Richtung Toiletten rannten. Ich hatte alle Jungs und Mädchen aus dem Laden zu uns nach Hause zu Kat eingeladen, um die Feierlichkeiten zu verfolgen. Wir wurden zwar auf keinem der Fotos gezeigt, aber jeder wusste, dass wir da waren. Wir haben so sehr gelacht, dass wir weinen mussten, als die versnobte Elite sehr schnell zur Toilette rannte. Es ist überflüssig zu erwähnen, dass sich viele dieser versnobten Snoops sehr geschämt haben, als sie auf den Aufnahmen zu sehen waren, wie sie sich bemühten, das braune Zeug davon abzuhalten, den Raum zu sehr zu verpesten. Die einzigen, die mir leid taten, waren die Hausmeister, die die Sauerei hinterher wegmachen mussten. Natürlich tauchten etwa eine Woche nach dem Hochzeitsdebakel die Polizisten auf und stellten Fragen. Kat und ich waren bei der Hochzeit gewesen, aber wir sagten beide aus, dass wir gegangen waren, als der Vorfall passierte, da wir uns um unsere eigene Gesundheit sorgten. Wir behielten bei den Befragungen eine ernste Mine und brachen erst in Gelächter aus, als die Polizisten gegangen waren. Wir hörten nie wieder von ihnen. Reggie verklagte den Ketterer, aber Sal verließ das Land, anstatt die Abfindung zu zahlen. Zuletzt hörten wir, dass er nach Italien geflohen war, wo er herkam. Wir wissen nicht, was danach mit ihm geschah. Reginald Pennington IV. wurde weniger als ein Jahr nach der Hochzeit mit der Frau eines anderen Mannes im Bett erwischt. Wer hat ihn erwischt? Ihr Ehemann, und der war nicht sehr nett zu Reggie. Er hatte Maggie angerufen, und sie hatte ein paar unschöne Dinge zu Reggie gesagt, als sie beim beleidigten Ehemann angekommen war. Nicht lange danach stand Maggie vor der Tür unseres neuen Zuhauses. Zumindest hatte Reginald bei dem darauf folgenden Kampf einen kleinen Teil seines Körpers verloren. Es schien, als hätte sie kein Verständnis dafür, dass ihr Mann sie betrügt, wenn sie selbst untreu war. Doppelmoral, finden sie nicht auch? Ja, Kat und ich zogen in eine größere Wohnung, da ihre kleine Zweizimmerwohnung einfach nicht mehr ausreichte. Eine Ranch mit vier Schlafzimmern war unser neues Zuhause, und ich hatte sie bis zum Ende des ersten Jahres zur Hälfte abbezahlt. Es schien, als hätte Reggie Maggie dazu gebracht, einen Ehevertrag zu unterschreiben, der besagte, dass sie im Falle einer Scheidung aus irgendeinem Grund nur das behalten dürfte, was sie in die Ehe eingebracht hatte. Sie hatte zwar noch ihren 125.000 Dollar Job, aber das war auch schon alles. Keine Milliarden für Maggie Sullivan. Es war spät im folgenden Jahr, als wir ein Klopfen an der Tür hörten. Kat war im vierten Monat schwanger, also gab ich ihr einen kurzen Kuss und sprang auf, um selbst die Tür zu öffnen. Ich öffnete die Tür und sah eine weinende Maggie vor mir. Was willst du, Maggie? fragte ich mit neutralem Tonfall. Es tut mir leid, Mac. Es tut mir alles so leid, schluchzte sie. Hey, du warst doch diejenige, die einen Tausch wollte, ich zuckte mit den Schultern. Was ist passiert? Ich habe Reginald dabei erwischt, wie er mich betrogen hat, sie gab es zu und schluchzte noch heftiger. Wow. Das ist echt hart, sagte ich sarkastisch. Mac, es tut mir wirklich leid. Ich habe mich gefragt, ob es vielleicht eine Chance gibt, sie brach ab, als sie sah, wie eine schwangere Kat von hinten auf mich zukam. Deb, wer ist da? Hörte ich Kat fragen, die neben mir herging. Sie lächelte Maggie an. Das ist Maggie und sie wollte gerade gehen, sagte ich und knallte meinem Ex die Tür vor der Nase zu. Ich schob den Riegel vor und nahm Kat in die Arme. Sie ist die Vergangenheit. Du bist meine Zukunft. Ich liebe dich, Schatz. Ich liebe dich auch, Baby, sagte sie und küsste mich. Kat und ich sind kurz nach der Schwangerschaft durchgebrannt. Wir haben eine kleine standesamtliche Trauung vollzogen, die ihre Idee war, und wurden Mann und Frau. Sie ist immer noch meine Managerin im Laden und eine meiner besten Freundinnen. Ich liebe meine Frau. Ich liebe meine Frau.